Der Ausflug, die Ausflüge Der Ausflug hat das etwas mit. Fliegen zu tun, also der Flug, das bedeutet doch fliegen, oder? Nein, es heißt nicht flug, es heißt Ausflug, ja und? Das ist ein anderes Wort. Und was heißt Ausflug? Ja, was? Ich mache einen Ausflug mit dem Fahrrad Eine Exkursion Eine Tour Ein Ausflug ist nicht so lang Vielleicht ein paar Stunden Vielleicht einen Tag lang Und wohin? Ich mache einen Ausflug. Wir gehen in den Zoo Wir machen einen Ausflug. Wir gehen in den Park und grillen Wir machen einen Ausflug und schauen uns eine fremde Stadt an Und weißt du jetzt, was ein Ausflug ist? Ja? 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 Ja?